In diesem Video zeige ich euch, was Rekursionen sind und wie man mit denen arbeitet. Öffnet wieder eure Konsole. Ich schreibe jetzt mal eine Funktion namens countdown und dieser Funktion kann man eine Zahl übergeben, eine Number, die ich hier mit nr abkürze und diese Number wird ausgegeben und anschließend wird die Funktion countdown nochmal aufgerufen, aber diesmal mit number minus eins. Was passiert, sieht man, wenn ich diese Funktion countdown aufrufe, zum Beispiel mit fünf. Fünf wird ausgegeben und wenn ich dann auf ok klicke, wird vier ausgegeben, vier, drei, zwei, eins und null. Das Problem ist, wenn ich jetzt auf ok klicke, kommt minus eins, minus zwei, minus drei, minus vier, minus fünf und es hört gar nicht mehr auf. Das einzige, was ich hier machen kann, ist, diesen Haken zu setzen, weil diese Seite am Erstellen zusätzlicher Dialoge hindern und dann klicke ich auf ok und dann kommt nach einer Zeit hier die Fehlermeldung erarbeitet noch, da kommt jetzt range error maximum call stack size exceeded. Was hier passiert ist, ist, dass die Funktion sich selbst wieder aufgerufen hat. Und nachdem sie sich selbst aufgerufen hat, hat sie sich wieder aufgerufen und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und immer so weiter. Gestopft wurde das Ganze nur, weil der Browser irgendwann gesagt hat, es reicht, ich kann nicht weitere Funktionsaufrufe ausführen und das war dann die Fehlermeldung, die da erschienen ist. Wer das letzte Video gesehen hat, kennt das Problem, das habe ich da bereits vorgestellt. Eine Funktion, die sich selbst aufruft, heißt Rekursion. Es gibt auch wechselseitige Rekursionen, das ist, wenn eine Funktion eine andere aufruft und diese wiederum ruft die vorherige auf und dann gibt es nämlich auch so ein Pingpong-Spiel hin und her. Die Sache ist, dass Rekursionen an sich nichts schlechtes sind. Im Gegenteil, eigentlich sind Rekursionen sogar ein ziemlich mächtiges Werkzeug, allerdings braucht man eine Abbruchbedingung und die hatten wir bisher nicht im Code drin. Abbruchbedingung heißt einfach, dass die Rekursion irgendwann aufhört und dann ist nämlich das Problem auch gelöst. Also, ich baue das mal hier ein. Wir können hier einfach ein if number größer gleich 0, dann soll das hier ausgeführt werden. Und wenn die Zahl jetzt kleiner als 0 ist, dann wird die Funktion Countdown auch gar nicht mehr aufgerufen. Das heißt, dann bricht die Rekursion da an der Stelle ab und es geht gar nicht mehr weiter. Öffnen wir jetzt also nochmal die Funktion Countdown. Okay, das funktioniert jetzt nicht, weil ich gesagt hatte, dass die Seite keine Dialogfenster mehr anzeigen soll. Also kopiere ich das mal in einen neuen Tab und öffne dort die Konsole nochmal und füge das jetzt hier ein und hier führe ich jetzt nochmal Countdown aus und es beginnt wieder bei 5 und jetzt kommt 4, 3, 2, 1, 0 und wenn ich jetzt OK klicke, dürfte es nicht weiter gehen und das tut es auch tatsächlich nicht. Wir haben jetzt also erfolgreich dafür gesorgt, dass die Rekursion an dieser Stelle abbricht. Eine andere Sache, die ich euch in diesem Video zeigen wollte, ist folgendes. Das heißt, ich definiere eine Variable a und setze sie auf 5. Wenn ich die Variable auslese, dann bekomme ich halt auch 5 zurück. Jetzt schreibe ich eine Funktion, die ich mal Beispiel nenne und dort definiere ich eine Variable b, die ich auf 6 setze, zum Beispiel. Jetzt führe ich die Funktion auch aus und wenn ich jetzt die Variable b auslesen möchte, dann bekomme ich die Fehlermeldung, dass b nicht definiert sei. Womit hat das denn jetzt schon wieder zu tun? Man muss wissen, dass Variablen und Werte, die definiert werden, nicht überall gleich definiert sind bzw. sie sind nicht überall gleichrangig verfügbar. Es gibt nämlich verschiedene Geltungsbereiche, also Bereiche, in denen die Werte gelten quasi. Und Funktionen erstellen einen neuen Geltungsbereich. So sieht das Ganze aus, wenn man die Geltungsbereiche in unseren Couch einzeichnen würde. Die Funktion erstellt einen eigenen neuen Geltungsbereich und die Variable b ist in diesem Geltungsbereich definiert worden und gilt deswegen nur dort. Das heißt, außen haben wir Zugriff, im äußeren Geltungsbereich haben wir Zugriff auf a, die Variable a und die Funktion Beispiel und im inneren Geltungsbereich haben wir Zugriff auf die Variable b, aber auch auf den äußeren Geltungsbereich, d.h. auch auf die Variable a und auf die Funktion Beispiel. Das heißt, von einem inneren Geltungsbereich können wir auf die Werte von äußeren Geltungsbereichen zugreifen, aber nicht andersrum. Das klingt jetzt wie ein Nachteil, aber eigentlich ist das eine gute Sache, denn stellt euch vor, ihr würdet viele Funktionen schreiben, in denen jeweils viele Sachen abgehen, viele Variablen werden erstellt und jede einzelne Variable würde überall gelten, dann hättet ihr irgendwie eine Masse von mehreren hundert Variablen vielleicht, die alles zumüllen und ihr müsstet darauf achten, dass ihr jeder einzelnen Variable einen eigenen Namen gebt, damit es nicht zu Konflikten kommt oder sonst was und mit dieser Verhaltensweise dagegen ist es so, dass jede Funktion ihren eigenen Geltungsbereich aufmacht und dort können dann Sachen stattfinden, die dann dort eingekapselt sind quasi und keine Auswirkungen auf das Umfeld haben. Das ist der sogenannte Functionscope, der Funktions-Geltungsbereich, den man kennen sollte. Heißt das nun also, dass das, was in Funktionen stattfindet, auch komplett in Funktionen bleibt? Weil das wäre ja eigentlich schlecht, weil angenommen, ich habe hier diese Funktion Beispiel, die irgendwelche tollen Sachen macht, zum Beispiel a plus a rechnet, finden wir das mal aus, dann kommen wir ja gar nicht an das Ergebnis ran. Es gibt allerdings zwei Möglichkeiten, wie eine Funktion Werte wieder nach außen übermitteln kann. Auf eine könntet ihr jetzt kommen, deswegen pausiert mal das Video, wenn ihr das noch nicht wisst und überlegt mal. Ansonsten zeige ich euch die jetzt. Eine Funktion kann, wie gerade gesagt, auf den äußeren Geltungsbereich zugreifen. Das heißt, wir könnten im äußeren Geltungsbereich eine Variable anlegen, zum Beispiel die Variable Ergebnis und die Funktion Beispiel schreibt dann einfach in diese Variable Ergebnis das Ergebnis rein, das sie errechnet. Und wenn wir jetzt Beispiel ausführen und dann Ergebnis uns ansehen, dann steht nun in dieser Variable Ergebnis das Ergebnis, das die Funktion Beispiel ausgerechnet hat. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, wie eine Funktion einen Wert nach außen zurückgeben kann. Es gibt allerdings noch eine weitere Möglichkeit. Wenn ihr euch erinnert, wir hatten bei der Funktion prompt, ich tippe mal hier jetzt irgendwas ein, ist eher egal, da bekamen wir ja dieses Eingabefeld und egal, was wir da eingegeben haben, ich gebe jetzt einfach mal hallo ein, es erschien anschließend hier in der Konsole. Und wir konnten auch das einer Variablen zuordnen. Und dann stand das in der Variablen. Und ich habe euch gesagt, dass das der Rückgabewert der Funktion ist. Und auch wir können so einen Rückgabewert erstellen, indem wir das Schlüsselwort return benutzen. return bedeutet so viel wie geh wieder zurück, kehre zurück. Und dieses Schlüsselwort kann man benutzen, um eine Funktion an einer bestimmten Stelle abzubrechen. Also wenn man nicht möchte, dass eine Funktion weiter ausgeführt wird, dann schreibt man an diese Stelle return. Man kann aber hinter dieses return auch einen Wert schreiben, zum Beispiel hier das Ergebnis aus der Addition a plus a. Und dieser Wert wird dann von der Funktion wieder zurückgegeben. Also, ich zeige das mal. Ich führe jetzt mal ein Beispiel aus und heraus kommt 10. Also, so wie hier in der Konsole unter dem Aufruf der Funktion der Rückgabewert stand, so steht der auch hier nun bei Beispiel. Und auch das könnten wir jetzt einer Variablen zuordnen. So kann man also von einer Funktion aus einen Wert zurückgeben. Das ist jetzt das Letzte, was ich euch hier zur Einführung von Funktionen zeigen wollte. Das Tolle ist, mit diesem return-Statement, mit diesem return-Schlüsselwort, kann man die Kraft von Rekursionen erst so richtig entfalten. Ich zeige es euch mal. Ich mache mal eine Funktion, die ich 2 hoch nenne und der kann man den Parameter-Exponent, ich kürze es mal hier mit exp ab, übergeben. Und diese Funktion rechnet 2 hoch irgendwas. Also zum Beispiel zum Quadrat 2 hoch 2 wäre 4, 2 hoch 3 ist 8, 2 hoch 4 ist 16 und so weiter. Also immer 2 mal 2 mal 2 und das Ganze halt so oft, wie der Exponent hoch ist. Wie können wir das hinkriegen? Wir geben 2 mal zurück und zwar 2 mal 2 hoch exp minus 1. Das heißt, das ist jetzt eine Rekursion und da fehlt natürlich noch eine Abbruchbedingung. Wir rechnen das Ganze, solange exp größer 0 ist. Wenn es nicht größer 0 ist, was machen wir dann? Wir geben 1 zurück. Hier das wird, dieser Code wird ausgeführt, wenn exp so klein ist, dass es nicht mehr größer 0 ist. Das heißt, wenn es 0 ist. Und alles hoch 0 ist 1. Ich hoffe, das wisst ihr noch aus eurer Schulzeit. Ansonsten ist das wahrscheinlich gerade alles sehr neu für euch. Probieren wir das mal aus. Rechnen wir mal 2 hoch 2, es kommt 4 heraus. 2 hoch 5, es kommt 32 heraus. 2 hoch 0, es kommt 1 heraus. Das heißt, jetzt haben wir die Möglichkeiten von Rekursionen genutzt, sie mit einer Abbruchbedingung kontrollierbar gemacht und mit dem Return Statement dann schließlich das komplette Potential ausgeschöpft. Jetzt noch mal kurz zum letzten Video. Da hatten wir die Funktion ZeigeZeichen mit den beiden Parametern String und i. Und dann wurde zuerst überprüft, ob i überhaupt eine Zahl ist bzw. wenn es keine Zahl ist, dann sollte es auf 0 gesetzt werden. Dadurch konnte man die Funktion aufrufen, ohne i zu übergeben. Und dann wurde überprüft, ob str, also der String, übergeben wurde. Und wenn das der Fall war, dann sollte ausgegeben werden, dass i plus 1 Zeichen ist 1 und dann wurde das entsprechende Zeichen an der entsprechenden Stelle ausgegeben. Und anschließend wurde ZeigeZeichen nochmal aufgerufen mit demselben String und dann i plus 1. Dadurch sollte dann jedes Zeichen in dem String abgegangen werden und zu jedem Zeichen sollte dann halt so eine Meldung ausgegeben werden. Das Problem ist, dass das natürlich eine Rekursion ist, ohne Abbruchbedingung und die deswegen mehr oder weniger unendlich lief bzw. halt bis der Browser schließlich gesagt hat, jetzt reicht's, ich stoppe das hier und gebe eine Fehlermeldung aus. In diesem Video habt ihr jetzt aber gelernt, wie man mit Rekursionen arbeitet, wie man damit umgehen kann. Das heißt, ihr wisst jetzt, wie man das hier, wie man das Problem beheben kann, wie man das lösen kann. Es gibt sogar verschiedene Möglichkeiten, die ihr jetzt hier habt. Pausiert das Video und probiert es erstmal selbst. Geht vielleicht mehrere Möglichkeiten ab, wenn euch welche einfallen. Ansonsten zeige ich euch die jetzt. Zum einen ist die Möglichkeit, übrigens um solche Zeilenumbrüche zu machen, drückt ihr die Umschalttaste und dann Enter. Wenn ihr nur Enter drückt, würdet ihr das Ganze ausführen. Also, zum einen habt ihr die Möglichkeit, zu gucken, ob i inzwischen genauso groß ist wie String-Length, also die Länge des Strings. Denn dann heißt es, dass es über die letzte Stelle des Strings hinaus ist, da die Länge des Strings immer um 1 größer ist als der letzte Index im String. Nämlich, weil man bei 0 beginnt zu zählen, wie ich euch ja in dem Video zur Stringverarbeitung gezeigt habe. Das heißt, wenn wir an dieser Stelle sind, können wir das Ganze abbrechen, indem wir hier einfach ein Return-Statement reinschreiben. Probieren wir das mal aus. Ich schreibe mal Zeigezeichen mit dem String abc und dann wird ausgegeben, das erste Zeichen ist ein a, das zweite ein b, das dritte ein c und dann hört es auf. Noch einfacher ist es, die Bedingung zu erweitern, die wir hier haben, und einfach hinzuschreiben if String und i kleiner als String-Length. Dann brauchen wir gar kein Return-Statement und es funktioniert trotzdem. Das erste Zeichen ist ein a, das zweite ein b, das dritte ein c und fertig. Was auch geht, ist, dass wir sagen if String und String i. Das heißt, wir gucken, ob an der Stelle i im String ein Zeichen ist. Wenn das nicht ist, wäre dieser Teil hier undefined und weil undefined falsy ist, wie ich euch ja gezeigt habe, wäre das hier nicht mehr insgesamt true oder truthy und dann würde das hier gar nicht mehr den Code, der hier zwischen steht, ausführen. Probieren wir das mal aus. Das erste ist ein a, das zweite ein b, das dritte ein c und fertig. Also auch das funktioniert. Probiert das aus. Wenn ihr das jetzt vielleicht nicht alles verstanden habt, spielt damit rum, nehmt es auseinander, probiert es in der Konsole selbst aus, dann werdet ihr es nach und nach alles verstehen und die Fragen werden sich klären. Und dann könnt ihr das nächste Video gucken. In dem geht es um Arrays. Um das zu sehen, klickt jetzt hier in das große Feld in die Mitte oder, falls ihr dieses Video in einer Playlist seht, zum Beispiel bei CSS3HTML5.de, bleibt einfach dran. … … … …